Ich rufe Ihnen in Erinnerung, es gewann ja bekannlich EGM Max und Kaspar Zupelis mit der Nummer 2 vor Valentin Chirou und Elis Mucinix mit der Nummer 5. Gefahren wird nochmals über 30 Minuten plus zwei Runden um den Preis dieses Mal. Wir reisen ab 5, die Nummer 10, schon unten, da haben wir den Eisdrauber aufgeben, da haben wir den Eisdrauber ganz kurz am Start. Dann haben wir den Schildgeraden, die sind sehr wichtig, aber wir haben einen Platz zurück und haben auch den Fehler. Jetzt kommt der Schildgeraden, das war die Erinnerung, ich bin jetzt noch mal ein paar Monate groß, ich hab auch noch nicht Five. 5 Das war's. 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 Das war's.